Primzahlen. Die Primfaktorzerlegung. Das sind ein paar Primzahlen. Die Primzahl. Es gibt unendlich viele Primzahlen. Aber was genau ist eine Primzahl? Wir bezeichnen die Primzahlen mit p. Eine Primzahl hat die folgenden zwei Eigenschaften. Eine Primzahl ist größer als 1 und man kann die Zahl nur durch sich selbst und durch 1 teilen. Das heißt, eine Primzahl ist nur durch sich selbst und durch 1 teilbar. Die 3 ist eine Primzahl. Sie lässt sich nur durch 1 und durch 3 teilen. Die 4 lässt sich durch 2 teilen. 4 geteilt durch 2 ist gleich 2. Die 4 ist also keine Primzahl. Die 4 ist eine gerade Zahl. Die gerade Zahl. Gerade Zahlen kann man durch 2 teilen. Die Zahlen, die man nicht durch 2 teilen kann, nennt man ungerade Zahlen. Die ungerade Zahl. Alle geraden Zahlen außer der 2 sind keine Primzahlen. Alle Primzahlen außer der 2 sind ungerade Zahlen. Auswendig lernen. Ich lerne die Primzahlen auswendig. Überprüfen. Ich überprüfe, durch welche Zahlen die Zahl teilbar ist. Die Primfaktorzerlegung. Ich kann eine Zahl auch als Produkt von zwei anderen Zahlen schreiben. Wir haben die Zahl 9. Ich kann die Zahl 9 auch so schreiben. 3 mal 3. Das nennt man Zerlegung. Die Zerlegung. Zerlegen. Ich zerlege die Zahl 9. Die Zahlen, mit denen man multipliziert, nennt man Faktoren. Ich kann manche Zahlen auch in mehrere Faktoren zerlegen. Wenn diese Faktoren Primzahlen sind, dann nennt man sie Primfaktoren. Der Primfaktor. Man kann jede Zahl als Produkt von Primzahlen schreiben. Das heißt, man kann jede Zahl in Primfaktoren zerlegen. Das nennt man Primfaktorzerlegung. Die Primfaktorzerlegung. Wie rechne ich eine Primfaktorzerlegung? Wir haben die Zahl 42. Ich schreibe zunächst die ersten Primzahlen auf. 2, 3, 5, 7, 11. Ich überprüfe zuerst die kleinste Primzahl. 42 geteilt durch 2 ist gleich 21. 42 ist durch 2 teilbar. Ich kann 42 auch so schreiben. 2 mal 21. Jetzt schaue ich mir die 21 an. Sie ist nicht durch 2 teilbar. Jetzt überprüfe ich die zweitgrößte Primzahl. Ich überprüfe, ob die 21 durch 3 teilbar ist. Um das zu überprüfen, schaue ich mir die Quersumme an. Die Quersumme. Ich bekomme die Quersumme, wenn ich die Ziffern einer Zahl addiere. Ich rechne 2 plus 1 ist gleich 3. Die Quersumme von 21 ist 3. Wenn die Quersumme einer Zahl durch 3 teilbar ist, dann kann man auch die Ausgangszahl durch 3 teilen. Jetzt sehe ich in meiner Liste, dass auch die 3 und die 7 Primzahlen sind. Das ist die Primfaktorzerlegung von 42. Alle Vokabeln und passende Übungen findest du direkt in Deutschfuchs. Das ist die Primfaktorzerlegung von 42.